Nee, Schock geht nicht. Du steckst im Türrahmen. Warte. Ja, es klappt auf jeden Fall. Ich bin schon drinnen gewesen mal. Komm, hör auf jetzt mit den Spielereien drinnen. Ich hab ein Schall. Es ist gleich Pause, Alter. Ja, lass den draußen. Max, hast du das schon mal gesehen, dass ein Püppte in der Base war? Natürlich. Siehst du, dass es geht? Eingebaut wahrscheinlich. Nee, nicht eingebaut. Ich bin ja sogar durch Türen geflogen. Jeder Püppte passt durch einen regulären Türrahmen. Das hier ist auch ein regulärer Türraum. Das Ding müsste auch eigentlich nicht gehen. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Gleich steht hinter mir. Alter, wieviel tausend Spielstunden hast du? Ich? Nee, Chris? Chris. Was, was, was? Wieviel tausend Spielstunden hast du? Gar nicht, die 800 erst. Nee, und tatsächlich, du musst nur mit dem Püppte in den Türrahmen fliegen, nach unten gucken und schon bis zu drinnen. Hier lebt was drin denn noch. Ja, also ich hab auch in meiner tausendsten Spielstunde gewusst, ungefähr. Ach, dann hat er ja noch 200 Stunden Zeit. Jetzt, Chris, schau mal nach hinten, ne? Gabel, in meinem Petri ist das noch Rüstung drin. Die werden sich demnächst gut füllen, die Stunden auf jeden Fall. Was hast du? In meinem Petri ist noch ein bisschen Rüstung drinnen. Ah, nice. Chris, schau mal nach hinten. Ja. Ja, ich weiß, steht drin. Guck mal, der ist genau vom Kunder. Ich dachte, du willst was essen. Dann labern ich. Sonst trauen sie sich wieder. Dürf ist gleich, ne? Aufnahme. Jo, ich bin auch mal einen weg. Jo. Hey. Na, gut? Ja, irgendwie ganz entspannt. Ach, ist gut. Wir haben hier mal die Hunterkuppe aufgemischt. Mhm. Hast du gesehen? Mhm. Oh. Was war denn im TS? Äh, ich weiß gar nicht, ob ich gerade zu dem Zeitpunkt bei dem im TS war. Ne, mir wurde das erzählt. Genau so war das. Aber hier mischen gerade ganz viele Leute, ganz viele Leute auf. Ist schon echt cool. Ja, wir versuchen uns gerade noch ein bisschen zurückzuhalten, so. Ähm, wir haben schon einen Fabrikator und so. Und, ähm, so, wir können jetzt gleich über das, also, wir können bald jetzt schon... Ja, mal gucken. Wir haben schon einen Fabrikator. Hey. Ja. Geht halt echt schnell, ne? Ja, also... Ja, klar, haben wir uns auch zu dritt und so, aber... War Sasum getötet. Hätte alle Implantate dabei. Ja, nice. Habt ihr viele? Jo. Es geht. 20 oder so, weiß ich nicht. Also, wir wollten eigentlich gar kein PPP machen. Deswegen haben wir halt nicht so viele. Mhm. Aber hier passieren schon echt wieder lustige Dinge, ne? Irgendwie hier werden Implantate schon wieder rumgereicht, wie noch und nöcher. Das ist zu geil. Also, ein Hin und Her wahrscheinlich, ne? Aber im Kampf, ne? Ja, ja, klar. Natürlich im Kampf, ne? Ansonsten gibt's ja auch schon Sack. Ja. Ja. Narkotik, Chitin. Also, die vier Sachen und Perlen. Also, mit Perlen kümmere ich mich jetzt gleich drum. Ja. Wir müssen jetzt gleich mal die Anunnaki-Smithy müssen wir mal noch machen. Habt ihr die schon gesetzt? Ne, noch nicht. Wir brauchen dafür Cementpaste. 100 Stück war das, meine ich. Okay. Na, ich wollte jetzt ja Steine fahren. Das mache ich jetzt nach der Pause. Dann können wir Cementpaste machen. Ja, genau. Wer von euch ist eigentlich Tick? Und wer ist Tick? Und wer ist Track? Ich bin Tick. Ja, hab ich mir gedacht. Track ist wahrscheinlich ein Augewurf, oder? Ne, Track ist Cidia. Ah, okay. Wieso hast du dir das gedacht, dass ich Tick bin? Weil Tick immer mit den höchsten Sachen rumgeflogen ist. Das war Zufall. Natürlich. Das war Zufall, ja. Ja, okay. Wo da die drei Pippte waren, natürlich setzen wir sich die auch immer dann schon mit dem High-Level-Pippte so. Ja, weißt du? Ich hab das einfach unkommensiert so. Ich setz mich schon mal drauf. Ja, ich claim den, weißt du? Ja, ich setz mich mal drauf. Aber passt schon, ist okay. Aber ich werd mir gleich erstmal einen suchen. Ne, das geht gar nicht mit dem. Echt. Aber ich mach jetzt ja auch hier Touren. Ich hab ja schon 70 Chitin geholt und Polymer hab schon 4.000 geholt. Oh, Mann. Manche Leute verstehen es auch echt einfach irgendwie nicht, ne? Also ich hab jetzt hier glaube ich die zwölfte Nachricht von irgendeinem Typ, der in seinem Team Probleme mit einem hat, der irgendwie nicht auf den Server kommt. Es ist ja jetzt nicht so, als hätten die nicht einen kompletten Tag Zeit irgendwie das zu lösen. Ja, aber ich mach das ja genau, damit mir das dann scheißegal sein kann. Ja, ist mir jetzt auch einfach echt egal und da zieh ich jetzt auch konsequent durch. Während der Aufnahme wird einfach nicht gestört. War einer der besseren Ideen, die ich hatte, da mal eine Testphase zu machen. Ja, das stimmt. Wäre glaube ich auch hier irgendwie, also relativ gut, wenn du wahrscheinlich so eine Stunde vor Ende Bescheid sagen würdest, wenn das möglich ist. Ja, ich auch. Ja, nice. Diese Slow-Mo-Aufnahmen sind echt immer noch cool. Das Problem ist, dieses blöde Chatfenster geht und geht einfach nicht zu. Ähm, doch. Eigentlich schon. In Slow-Mo nicht. Also, ja, es dauert halt genau so lange, wie es normal dauern würde, bloß in Slow-Mo dann ewig. Aber wisst ihr, was mir gerade auffällt? Wir können diese coolen Pfeile erst mit Level 90 machen, ne? Hm. Aber habe ich nicht noch einen, also wenn ihr XP-Potion findet und so. Ich glaube, ich habe sogar noch einen, warte mal. Ah, ich habe eine Chitin-Hose gefunden. Cool. Ich habe sogar noch einen Potion, den nehme ich dann gleich. Bin jetzt Level 82. Mit dem Potion müsste ich dann zu Level 83, 84 sein. Können wir schon mal einen Gigasate machen. Aber wir müssen uns jetzt überlegen, wie wir den Giga tamen wollen, natürlich. Dann. Mit dem Gesicht. Ja, irgendwie schnell 90 wären wir eigentlich schon ganz geil. Ich überlege gerade, was da die schnellste Variante ist, um 90 zu werden. Töten, töten, töten. Ah, ne, eigentlich schon. Ja. Trak, Trak ist uns im Palästin. Hahaha. Also Bugs, wir am Anfang wussten auch nicht, wer wer ist. Ganze Zeit. Oh, ja. Ja. Ich tick mir an. Komm zum Maul rufen. Hier, ich bin da. Nein, das ist Beam. Ich bin Trick. 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 Also compound, wo kann ich denn machen? Ja, aber jetzt hätte ich ja re-loggen müssen, weißt du? Jo. Jo, danke dir. Hahaha. Mit dein vollem Mund, Alter. Hahaha. Hallo, Max. Du hast was verpasst. Wir haben gerade alle Anschlüsse bekommen. Das Sohn hat uns allen Anschlüsse verpasst. Wieder da. Ne, nur fahr. Wir wählen euch allen, Alter. Wir sind immer nur im Sack, Alter. Ne, pass auf, gerade eben. Gabel war ja noch oben in dem Channel. Und, äh, er wusste das Passwort nicht. Er hat mich kurz hochgescheint und sagt so, Gabel, Bob. Er hat einen Sack mit vollem Mund. Fuck this. Das ist ja das Passwort. Ach so. Hahaha. Hahaha. Gabel war gut. Gabel, was gibt's? Pizza? Ne, äh, Nutella Toast. Was? Keine Pizza. Ne, Pizza gibt's heute nicht. Ne, sorry. Äh, ich geh wieder hoch in den Channel, ne? Hallo. 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 Dann welcher von euch Wichsen hat mich ja nicht gebodert? Hahaha. Habt ihr jetzt nicht gehört? Liebe Kinder, liebe Kinder. Gabel sagt noch mal Wichser. Ich hab die, ich hab die Lagen nicht im Anschlag. Aber es war so geil, Leon und ich uns gegenseitig. Ne, das war gar nicht geil. Aber eigentlich war es jetzt. Das war's gar nicht. Aber Bugs? Auch wenn wir hier an einem Channel sind, ich kann dir versichern, wir spielen nicht zusammen. Wir hassen uns alle. Ne, das ist vollkommen klar, weil ich auch bei jedem zwischendurch immer wieder mal bin. Max hat's gesehen, er hat's gehört, wie wir Sassoon und Leon getötet haben. Ja, cool. Ja, außerdem haben wir das letzte Staple auch gemacht, in der Pause immer so quatschen gehen, weil... Ohne Scheiß, ey. Ist ja auch völlig legitim, irgendwie zwischendurch mal zu quatschen. Und seit dem Moment ist der Bock schon wieder ganz unten. Ich hab schon wieder gar keinen Bock mehr. Kein Spiel. Aber wir haben schon, wir haben schon gerade alle festgestellt, diesmal sind die Petris irgendwie tausendmal stärker oder an sich der Schaden. Das ist halt komplett... Ey, warte ich. Die Leute skillen jetzt anders, vorher haben wir doch nicht auf Dings geskillt. Trotzdem, die meinen trotzdem nicht. Ne, aber One-Hit... Ey, geht weiter. Ja. Wenn ich nicht mehr gebullert wäre. Wenn ich nicht mehr gebullert wäre. Aber die zwei Sekunden halte ich jetzt auch noch aus. Ich hab ja keine Bullers mehr. Warum wohl? So, was brauchen wir noch? Spark Powder habe ich hergestellt, ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Raus mit euch aus dem Chat wieder. Stimmt, hier war ja was. Husch, husch! Alle raus, die keine Miete zahlen. Ja, tschüss. Hast du die Foundation schon fertig bei denen? Hey, sieh! Was denn? Wir haben Eternal komplett. Ich hab Hunter Implantat. Lol. Das hat ein anderer Mitspieler dann gehabt. Person, Stein... Ich hab Hunter und Leon. Also an alle Zuschauer, die sich fragen, was ein Eternal ist. Ich glaub, er meint Eternal. Egal, geil. Für mich ist es Eternal. Wollen wir mal ganz kurz in deinem Petri alle Implantate sammeln? Nein, nicht alle in eins. Nein, nur um einen Überblick zu verstoffen. Ich hab sogar Rapics mehrmals. Das ist jetzt erstmal die Base bauen. Ich hab jetzt noch nicht... Was eigentlich mit Sabi? Hat die schon mal jemals irgendwie nen Ton gesagt? Na ne. Sabi kann leider nicht mehr. Also wie Sabi kennengelernt hat, als du gesagt, in zwei Monaten kann sie sprechen. Also es ist keine Ahnung wieviel Monate her. Ja, denk ich schon. Na dann fühl dich auf jeden Fall mal gegrüßt. Wir müssen auf den T-Rex aufpassen. Ja, wir können auch gleich eben töten. Wie groß wollen wir das denn diesmal bauen hier? Ähm... Drei mal... Fünf. Back. 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 Wo bleibt die Wände? Ich bin grad eben erst vier angekommen. BB-Bugs. Ähm... Dinge, die unwahrscheinlich wichtig sind und überhaupt keinen Aufschub irgendwie zulassen. Was sich dann hinterher wieder herausstellt als, äh, mein Team-Mate kommt nicht drauf. Können wir nen anderen haben? Können wir nen anderen haben? Oh, was soll ich jetzt farmen gehen? Eisen. Eisen? Oh, was steckt das denn jetzt? Ich bin die Öfen am Bauen. Ich baue schon Öfen, ich hab schon zehn. Okay, dann haben wir genug. Ne, hab ich gar nicht. Das ist lustig. Wisst ihr wer hier irgendwie... Wann war das? Staffel 3 gebaut hat? Ne. Ryan und Greta. Echt, oder? Ja, ich glaub genau da. Lol. Hat die jemand gesprengt? Deine aufheben? Ne, ne, die haben hier unten PVE gemacht. Die ganze Wingman's Season 3, glaub ich. Wow. Die hatten hinterher einen richtig schönen Zoo. Wow. Aber war echt auch lustig, ne? Irgendwie, die haben halt hier Spaceless und Döneskiss gemacht. Hatten hinterher sogar coole Viecher irgendwie, äh, und wollten dann irgendwann mal PvP machen gehen, aber dann war dann kurz los. Was? Brauchen wir jetzt noch? Stell dir erstmal die Swissy hin, die du hast. Dann können wir jetzt mal den ganzen Müll aus dem Motor ausmachen. Ja, so gut. Für Eisen fahren, ich hab so viel Metall. Mal wieder. Ich weiß immer nicht, welcher meiner ist. Derjenig. Ich hab einen Beladen. Ah, geil. Ich könnte den Stripe mal umnehmen. Ja, wo war er? Warst du? Packen wir jetzt erstmal in jeder 100 Bruchtschicht Metall rein. Dann haben wir gleich richtig Vollklopfen. Ja, ich hab jetzt aufgeteilt, so auf die... Wir haben jetzt genug, äh... Ah, wo ist denn das Refug? Da hast du's geschickt. Ähm... Ähm... ...Nortal Pest zu kriegen. Unten ist, bis auf in den letzten, jeweils 150. Wir haben nicht zufällig schon einen Compoundbau, oder? Nö. Also in meinen... ...PK liegen auf jeden Fall noch... ...deine drin, was wir brauchen. Dabei, was wollen wir denn mit so viel Smith ist? Hm. Was sind, äh... Was sind, äh... Können Sie... Äh... 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 Was Platzsparens hier... ...wenn man nur die... ...grenzten Strukturen hat, ne? Ja... Ich komm gleich nochmal wieder, ich glaub ich geh jetzt mal den Mo suchen. Jo, wir sehen uns. Bis gleich. Jo, schön. Hallo, Mo! Hallo, Opa! Hallo, Opa! Haha, und... Ja, natürlich auch. Hi! Na Mo, wie gefällst du dir bei deinen neuen Kumpels? Mittlerweile gut. Mittlerweile? Okay. Er ist an Land. Aber ich kann ja nicht wollen und sprich um... Ja, ne, du kannst nicht wollen und sprich um. Ja, ne, du kannst nicht wollen und sprich um. Ja, in der Insel oder Festland? Festland. Festland, ja, unter dir, unter dir. Ja. Der probiert mich echt so aufzuschieben. Aber das wäre auch keine gute Idee. Noch einer! Noch einer! 2, 2, 2, 2! 2, 2, 2! Komm, ich hab mit der Lanze auch, ja. Total paranoid. Keiner steht am Felsen. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, ich geh ihn zum Land. Einer steht am Felsen. Hab den, falle. Einen hab ich. Nee, der ist tot. Der ist jetzt die gleiche. Ja, der ist übertauter. Ach stimmt, gelotet schon? Echt? Ja. Ja. Wir haben eine Lanze. Hast du schon eine Shinichi? Ja. Da ist noch, äh... Da ist im Land drauf. Da ist noch mal drin von Fabian. Zweimal? Da hab ich vorher schon den Lanze gekriegt. Okay. Na, Bart. Sagst du das auf, wie wir gegen Leon, Sasu und Tampa gekämpft haben? Äh, ich glaub ja. Moment, äh, wart ihr dann nicht die, die sogar gegen Leon gekämpft haben? Und dann Leon, oh, ich hab sie alle drei. Alter, Möko. Alter, Möko. Wart jetzt nur, bis Gabel euch besuchen kommt. Alter, Möko. Alter, Möko. Schaden. Ich nehm ne Mindwipe. Ich nehm ne Mindwipe. 3 Tonnen und verlass das Wasser nicht mehr. Ja, dann nehmen wir einfach Hand das an mir, Alter. Vor allem, Bugs, du hast ja unsere, unseren Bowspot gesehen. Äh... Ist der so leicht zu finden? Ähm, also ich hab heute einige komische Sachen gesehen, irgendwie, ja. Wir werden die ganze Zeit, da kommt alle 10 Minuten, kommt ein anderer Tribe, ey. Ich weiß nicht, ob wir sie absprechen oder so. Ja, manchmal ist es auch einfach Pech. Ja, komm, aber das ist jetzt auch nicht so einfach. Ja, ja, Bim, ja, ja. Das ist jetzt gar nicht so. Also, Chris, wenn wir mal kurz an eine Stelle gehen, kann ich das sagen, warum der die da gefunden hat. Wieso, wo, wo seid ihr denn? Warum? Ja, sonst weiß ja jeder, wenn ich's jetzt sag. Ach, kannst du ruhig sagen. Das weiß doch sowieso schon jeder. Aber sag's trotzdem nicht. Jetzt könnt ihr die Base ja eh nicht mehr nutzen. Ihr seid doch wahrscheinlich eh schon umgezogen, oder? Nö. Die Base ist ja noch da. Die haben ja nur die Tür aufgerissen und alles gerutet. Ja, das machen die doch jetzt jedes Mal wieder. Die sind doch nicht doof, die warten. Da waren schon vier, fünf Tribes da, also von daher. Da würd ich erst recht umziehen, Alter. Nee, wir sind stur. Aber wir haben eh nichts mehr. Das stimmt schon eigentlich. Mal gucken. Ich bau immer die Base so, dass die Leon nie wieder findet, oder? Nein. Eine Minute noch Leon. Komm doch endlich zu Base. Ich find's nicht. Ein richtiger Kampf für Base. Wer gabelt, gabelt sie immer wirklich, und dann kann Genici sagen, wieso die da und unsere Base fiel. Na, ich wär auch dafür. Wir haben eh nichts mehr, also von daher. Ich wär auch dafür, dass wir da weggehen, weil es bringt nix. Die kommen immer wieder. Ihr habt da gebaut, wo er, wo Beam gebaut hatte. Nein. Nee. Doch. Genau nebendran auf jeden Fall. Ich bin da hingeflogen, zum da abgucken, und auf dem Weg bin ich halt auch im West vorbeigeflogen. Dann können wir ja auch mal vorbeigucken. Ja, wir haben eh nichts mehr. Ist nicht so schlimm. Doch, Implantate. Nee, dann haben wir echt halt echt nicht mehr. Doch, doch. Wir haben gar nichts. Die Implantate stecken noch in den Arm, oder? Die haben wir den Smithies gelagert, und die Smithie haben wir dann. Ja, gab es selber auch noch eins, ne? Warum lässt man sowas in der Base? Ja, aber wir gehen ja dann weg. Weil ich doof bin. Ja, weil wir eigentlich nur, weil wir eigentlich nur schnell Golden Treat holen wollten, ne? Deswegen haben wir's in der Base lassen. Wir waren 5 Minuten weg. Wieso machst du das nicht so, wie ich's gesagt hab? Nimmst Chris zuhause ab, und wenn dann irgendwas kommt, Alarm! Alarm! Ach, früher hat sowas Dodos erledigt. Alter, du wirst dich wundern, wenn du die Folgen siehst, ja? Ich hab hier am Anfang das meiste gemacht. Okay? Ist klar. Ist klar, Chris. Ey, während ihr noch euren Petris gesucht habt, hab ich da schon die Hütte hingestellt. Ja, der Petris halt mal wichtiger, ne? Der Anfang war ja Chris. Man kann sich echt nicht über Chris beschweren, der ist echt gut dabei. Ja, Martin hat einen guten Lehrer. Kannst du auch nicht unterklopfen, Martin. Wann kommt das Video, wo ich gegen die drei Felte bin? Was? Wer weiß, wann hier die Session startet? Das musst du den fragen, ey. Das liegt am Upload-Plan. Also ich hab da auch noch was zu sagen. Und zwar gibt's hier irgendwie Belsen auf dem Server irgendwie, die so dermaßen irgendwie in Felsen reingebaut sind, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist, dass alle Leute wissen, wo wer wohnt. Alter, alles was man von außen überhaupt nicht mehr erkennen kann, irgendwie da frage ich mich tatsächlich, ob das okay ist. Ach, hätten wir mal da gebaut, wie ich gesagt hab, Gabel. Ey, wir hätten Sasu und ich keine Backstelle. Lass mal umziehen. Ja, das meine ich ja. Es gibt so viele Backstellen. Eigentlich ist... Ja, also man sollte die Basis sehen können, finde ich schon. Naja, aber das wurde halt nicht gesagt. Das ist das. Ich geh aber jetzt auch mal was essen. Viel Spaß euch noch. Ciao. Ciao. Ciao.